Der Raku sagte gerade, allen Rotbarsche laufen ganz gut am 120er. Also raus mit den Ködern und suchen, denn ich brauche sie noch alle drei als Trophy. Ja, das wäre natürlich der absolute Burner, wenn hier gleich einfach mal so nebenbei Rotbarsch reingeht. Na guck, im Absinken geht auch schon wieder was rein. Also Rotbarsch in verschiedenen Variationen und die eben entspannt hier auf dem 120er. Wäre gar nicht so schlecht. Makrelen sind auch einige dabei gewesen bis jetzt schon. Also ich teste jetzt schon ein bisschen länger und ja, es geht hier so einiges rein. Kann man durchaus mal machen. Die Frage ist, naja, eigentlich ist es nicht die Frage. Verlohnt es sich? Ja, es lohnt sich, wenn du die Trophy hast. Also manchmal geht man angeln, um massiv Cash zu machen. Manchmal geht es angeln, weil du einen Fisch suchst. Und heute suche ich einen Fisch. Heißt aber auch nicht, dass ich keinen Cash mache. Also die Fische sind ja da und es kommt ja auch Cash rein. Aber wahrscheinlich könnte man an einer anderen Stelle ein bisschen mehr Cash machen. Sternrochen dabei, kleiner Rotbarsch dabei, große Makrele auch schon dabei. Alles soweit gut. Gefleckter Seewolf, den nehme ich auch gerne mit. Gerne auch in groß. Ich teste jetzt erstmal nur die erste Stelle hier am 120er. Es geht gleich aber nochmal an eine zweite Stelle am 120er. Erstmal jetzt hier in diesem Bereich. Also Runde auf 110, 113 Meter. Und dann wollen wir hier natürlich auch schön rein ins Pilken. Ich hatte anfangs die ganze Zeit hier mit der Stationärrolle gestanden. Habe dann schön jeden Brocken hochgezogen. Und gerade eben hier nach dem Sternrochen habe ich mir gedacht, Alden, jetzt wird es aber langsam müßig. Der hat sich dann auch so schwer gemacht. Und dann kurbelst du da und kurbelst du. Und dann war ich jetzt einfach so faul und bequem und habe mir die Elektrorolle geholt. Zack und ziehe das Ding jetzt damit rauf. Ihr seid ein bisschen übertrieben. Ist halt schon Premium. Ist halt schon Premium. Also komplett übertriebene Rolle. Wahrscheinlich auch rein finanziell absolute Katastrophe mit dem Teil jetzt hier auf die Fische zu gehen. Allein die Verschleißkosten sind wahrscheinlich höher als die Fische oder die Preise für die Fische, die dann hier reinkommen. Aber es ist halt jetzt gerade auch für die Aufnahme. Geht da halt mal ein bisschen schneller was. Und ich muss hier nicht alle fünf Minuten erstmal den Schnitt machen und wieder kurbeln und so weiter. Joa, Kalmar nehme ich auch mit. Fehlte ja auch noch hier in der Reihe. Also, 120 Meter Loch. 120 Meter Loch. Mittlerweile treibe ich gerade so ein bisschen ab hier nach unten. Normalerweise stehe ich ja immer hier. Also, dieser Würfel, diese Kante hier oben, obere Schriftkante sozusagen und dann eine Eins runter. Das ist so an für sich die Area, in der ich meistens rumstehe. Schlammiger Untergrund, speziell hier in diesem Bereich. Hier hinten hört es dann auch wieder auf mit dem schlammigen Untergrund. Aber hier in der Area bin ich oder hier in der Area bin ich am meisten. Jetzt habe ich aber hier angefangen. Wenn man hier ran fährt, sieht man auch auf dem Echolot. Ja, wir fahren gleich mal nochmal ein bisschen mehr in den Bereich. Ich glaube, das müsste hier so sein. Da sieht man, glaube ich, dreimal auf dem Echolot die Zahl 120. Also, das ist dann eine Area. Dann ist man quasi in einem Dreieck von den 120ern. Und da hat das gerade ganz gut geklappt, auch mit den Rotbarschen. Aber, testen, testen, testen. Vielleicht hängt der auch einfach 10 Meter weiter links oder rechts oder 50 Meter. Also, die Area ist ja groß hier. So ganz genau auf die Koordinaten. Da achtet man, oder kann man ja gar nicht drauf achten. Bei der Geschwindigkeit, wie die Drift hier lang geht, ist das einfach schon so heftig. Grob einen Bereich einzukesseln, das reicht. So, gucken wir mal eben, was hier reingeht. Haben wir hier noch mehr Rotbarsche. Ich hatte zwischendurch einen heftigen Drill und ich habe es, ich habe es zu sehr gewollt. Ich weiß nicht genau, ob es ein riesengroßer Rotbarsch war. Er hat sich mächtig schwer gemacht und ich habe es zu sehr mit der Bremse übertrieben. Zack, war er dann weg. Rotbarsch, einfach krass, oder? Einfach zu krass hier mit seinen dicken aufgeklubschten Augen. Einfach zu heftig. Und die Dinger einfach hier als Trophy mitnehmen. Das wäre der Burner. Der Rako hat mich angeschrieben. Der Rako hat nämlich seinen Trophy hier abgehakt. Der meine Alden. Wenn du mal willst, guck mal rein hier. Auf Rotbarsch, da geht ein bisschen was. Alden. Ist er hier? Kleiner Rotbarsch hat er nicht. Okay. Kleiner Rotbarsch. Was hat er? Tiefen Rotbarsch oder großen Rotbarsch? Direkt mal gucken. Rotbarsch normal. Auch nicht. Hat er den tiefen Rotbarsch? Tiefen Rotbarsch. Schaubgummifisch 1. Nee, das kann nicht sein. Nee, nee, nee. Dann war es, glaube ich, der normale. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Alden. Ich will auch. Der hat bestimmt, das war bestimmt gerade der Rotbarsch in normal, aber eben in Trophy. Siehste, doch tiefen Rotbarsch. Da ist er doch. Da ist er doch. Auf den Gummi-Ihl. Alter, auf dem Gummi-Ihl. Und ich bin hier mit dem anderen unterwegs. Nee. Ich bin so unterwegs, Alden. Ich habe mich verlesen. Gummimack. Hat er nicht Gummimack geschrieben? Auf die Max schreibt er. Auf die Max. Er hat es geschrieben. Oh mein Gott, Raku. Du machst mich fertig. Auf dem Gummi-Ihl hat er ihn gefangen. Alden. Aber, was können wir denn sagen? Es klappt doch trotzdem. Es klappt doch trotzdem. Es sind einige da. Aber ich werde jetzt natürlich die Köder ändern. Ich habe mir schon gedacht, Alden, das ist ja mal ein Ding. Die Rotbarsche komplett auf Blau. Was ist denn da los? Alden. Ja, nicht schlecht. Zum Glück haben wir ja einen Discord. Und im Discord, übrigens Link zum Discord, direkt unter dem Video. Im Discord sind ja mittlerweile schon über 8000 Angler drin. Und der Austausch untereinander, sensationell. Da wird einfach mal schnell so ein Spot in dem Bereich gepostet. Zack. Alle Informationen, die wichtig sind. Kescherbild. Setup aufgebaut. Welche Fische wurden gefangen. Wo und was ist wichtig. Am besten noch, welches Wetter dabei ist. Und so weiter. Und dann hat man alles, was man braucht, um das vernünftig nachzumachen. Mann, 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 Mann. Oh, das Boots-Ticket läuft auch schon bald ab. Aber wieder einen gefleckten Seewolf. Sehr, sehr cool. Also, gehen wir mal richtig rein. Wir nehmen mal jetzt ein vernünftiges Setup, wa? Ich nehme mal nur hier so einen 300er. Ich wollte mal eine Zeit lang mit einem bisschen kleineren testen. Ein bisschen feiner, ein bisschen kleiner reingehen. Dann nehme ich hier einfach, glaube ich, auch nur mal so eine knallgelbe Perle. Wobei, die brauche ich die? Brauche ich die gleich? Nee, brauche ich nicht. Dann lassen wir den Rest mal. Und dann gehen wir mal runter auf den Gummi-I. Alter, er macht mich fertig. Ach, Nuller. Ähm, nee, 6-Nuller. Hier sind sie. 6-Nuller, 0-4. Und damit geht es dann gleich direkt weiter. 6-0-4. Und 6-0-4. Und da ballern wir natürlich hier schön. Gehen wir einfach mit den Gelben. Zack, gelb und rot und so machen wir drauf. Kann ich die überhaupt alle verwenden. Zack, hier machen wir einfach mal zweimal gelb. Und hier unten machen wir gelb und orange. Dann haben wir hier schön so ein bisschen Variation. Alter, wunderbar. Raus damit. Und dann wird es damit gleich noch direkt weiter getestet. Alter Faller. Das ist ja ein Ding. Ja, das Ganze bisher auf diesem Setup hat jetzt in der knappen Stunde oder nicht mal so ganz, hat das jetzt 300 Silber gebracht. Ist jetzt auch nicht so verkehrt, wenn wir hier mal eben nach Preisen sortieren. Ja, ist das wie gesagt nicht so schlecht. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Und das jetzt gerade, wie gesagt, komplett alles auf die roten Gummimucks. So, jetzt geht es natürlich weiter. Test in die zweite Phase. Jetzt gehen wir mal rein hier mit den richtigen Gummimucks. Gummils. Also, jetzt gehen wir hier rein mit dem richtigen Gummilel 6-0-4. Und da bin ich natürlich gespannt. Kommt da jetzt noch mehr von dem Rotbarsch? Gehen da jetzt nur noch die Rotbarsche drauf oder nicht? Mann, 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 Mann. Ja, testen, testen, testen heißt es. Dankeschön auf jeden Fall fürs Teilen an den Raku. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier abgeht. Und werde es ja einfach nochmal weiter durchziehen und ein bisschen rumprobieren. Du kannst ja jetzt auch hier weiter rumprobieren. Jetzt haben wir ja alle wichtigen Infos. Wir haben den Spot. Wir haben den Zielfisch, klar. Wir haben das Setup. Und da ist er. Jetzt muss er bloß noch als Trophy reinrasseln, wa? Also, den fängst du. Ich muss wahrscheinlich immer noch ein bisschen warten auf die Trophy. Irgendwann ballert sie rein. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch und YouTube. Gleichzeitig immer ab 19 Uhr. Montags, Mittwochs und Freitags. Ist ja klar. Bis dahin. Bis dahin.